Hey ihr Lieben, Willkommen in unserem Clan Templerblut. Wir sind ein Multigaming-Clan, wo alle Menschen gerne mitspielen können. Ich wollte heute mal ein bisschen unseren Clan, ja das heißt Clan vorstellen, ein bisschen Clan-Werbung machen. Ihr kennt das ja bestimmt alle. Und zwar möchten wir gerne so ein bisschen, vielleicht doper, so eine kleine familiäre Community aufbauen. Und ja, dazu brauchen wir natürlich auch ein paar Member, ist ja logisch. Bei uns gibt es halt viele unterschiedliche Altersgruppen, bei uns gibt es auch viele ältere Spieler, ich bin da selber auch schon ein bisschen älter. Und es gibt auch viele Leute, die, ich sag mal, ein bisschen, ja, auch beeinträchtigt sind oder, keine Ahnung, möchte ich auch jetzt nicht so näher drauf eingehen. Ähm, sind halt nicht alle Leute gleich und, ähm, mir ist halt wichtig, dass alle Leute mitspielen können, dass keine Leute irgendwie gemobbt werden oder ausgegrenzt werden oder so, das kennt man ja. Und, ähm, jo, ich guck jetzt mal schnell was. Ich hab mir eben hier was abgespeichert. Und zwar, ähm, ja, bei uns soll halt der Spaß immer im Vordergrund spielen. Also bei uns gibt es alle verschiedene Spiele, äh, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich im Moment halt mehr, ähm, CSGO zocke, aber, ähm, wir werden auch demnächste Online-Rollenspiele anfangen. Da wird sich bestimmt für den einen oder anderen ein Spiel finden, was euch Spaß macht. So, jetzt muss ich Karp mal schnell was gucken. Jo, also wie gesagt, ja, Plan heißt da Templar, Blut, äh, wir sind grad ein bisschen am Aufbau. Wir haben im Moment insgesamt fünf Admins, ähm, auf dem Discord selber, ähm, ich versuch da im Moment mehrere Sprachkanäle für verschiedene Spiele aufzubauen. Und, ähm, ihr könnt euch da aber immer gerne mit einbringen, ähm, jo. Aber wie gesagt, Spaß ist halt immer das Wichtigste beim Spielen, ähm, und wie gesagt, äh, bei uns geht's halt kein Mobbing oder sonst, scheiße. Ich möchte da wirklich einen gemütlichen Server schaffen. Beschützt die Wehrlosen, helft den Arm und habt einfach Spaß beim Spielen. Ähm, ich werde euch die Links alle reinposten, wie ihr auf dem Kanal kommt. Und, und alles, äh, ich hab jetzt ein neues Rankings-System eingebaut, das heißt, ähm, wenn ihr länger auf dem Server seid, ähm, oder beziehungsweise, ähm, ich hab halt verschiedene Rollen gemacht, ähm, das heißt, die Leute, die, äh, mehr mitspielen, oder beziehungsweise auch in die Community einbringen, die werden da dementsprechend auch, äh, in den Rängen aufsteigen, beziehungsweise, ähm, ja, das heißt aufsteigen. Also, es ist keiner schlechter oder besser wie jemand anders, aber, ähm, ich hab halt so ein paar kleine Rollen gemacht, so ein paar Gadgets eingebaut, ähm, ja, ansonsten, ne, würde ich mich freuen, wenn ihr einfach mal reinschauen. Und, ähm, das Ganze ist natürlich gepaart mit meinem, äh, Twitch-Channel zusammen, äh, ich streamen im Moment viel und, ähm, ja, würde mich einfach freuen, wenn ihr Leute einladet und, äh, ein bisschen mit uns chillt. Ja, ansonsten, einfach immer Spaß haben und, ja, dann sehen wir uns beim Spielen, Leute, oder am Discord-Channel. Danke.